Kann ich überhaupt nicht. Aber irgendwas war hinter mir gleich. Dass irgendwas gepiext hat. Ja, also was ist für eine Bremse? Ja, für eine Bremse. Und Traktor fahren oder Auto fahren? Ja, Traktor fahren. Will ich den Traktor? Ich will Auto. Du willst Auto? Das heißt, dann darf ich jetzt entscheiden. Ja, Traktor fahren. Nein, Auto fahren. Nein, Traktor fahren. Kammer Traktor? Nein. Zwei zu ein. Eis kaufen? Ja. Wir suchen heute mal wieder den Onkel. Was? Wir suchen heute wieder den Onkel. Warum? Lass mich mal in Ruhe. Warum? Damit sie dann runterziehen können. Kann ich denn die Schranke aufmachen? Okay, dann mache ich jetzt die Schranke auf. Du führst rein. Mhm. Kannst du dann sogar offen lassen. Was? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nein. Wie? Das ist mir jetzt. Ja. Ich fand's. alberin. Och. Wie? Das ist mir jetzt. Die Schranke auf, das ist es mir vor. So. Und da ist mir. Das ist eine Traktur-Fan. Das ist eine Traktur!